Jo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video und zwar ja wie ihr seht ihr habt ein kleines Setup Video gemacht zu meinem kleinen OBS Overlay und so habe ich jetzt über der Webcam so einen kleinen grünen Strich und so einen blauen Strich, was irgendwie ein bisschen cool aussieht, über mir sind dann die Follower und die Spende, hier wird dann, also hier wird dann der Follower angezeigt werden, dazu wird dann die Spende, hoffentlich, ich habe es so eingestellt, hoffentlich übernimmt das dann OBS auch so, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es und ja wie gesagt, das Stream wird jetzt heute wieder laufen, denn zwar wird er gleich starten, so kurz vor 3 Uhr oder so, sobald das Video hochgegangen ist, werde ich auch anfangen zu streamen, heute wird wieder dabei sein wahrscheinlich Eurotruck und Terraria später mit ProPen und Baker wieder und ja wie gesagt, wie ihr auch schon im Titel seht oder hier ganz oben in der blau-grünen Schrift, Freitag Go Away, 10 Random Steam Keys und zwar ja werde ich am Freitag relativ abend, so zwischen 7 und 8 Uhr, 10 Random Keys verlosen und zwar als kleines Denkischön an 100 Follower auf Twitch und ja, ich finde ein relativ cooles Geschenk und eine kleine Verlose, wie gesagt, also müsst ihr auf jeden Fall auf meinen Stream drauf kommen und da auf jeden Fall ein paar Punkte sammeln, damit ihr überhaupt da mitmachen könnt, denn ihr könnt ohne Punkte sozusagen bei einer Verlosung nicht mitmachen, also es geht schon ab einem Punkt los und wer die meisten Punkte hat, ist, hat sozusagen die meiste Verschönlichkeit zu gewinnen, aber es sind ja sozusagen 10 Leute, also ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so groß oder wahrscheinlich so klein, dass du, derjenige wisst, der einen Stream King wint, also es können bis zu 10 Leute gewinnen, ich denke mal, es wird keiner einen doppelten Key gewinnen, weil das wäre dann ein bisschen kackt gegenüber den anderen, wenn zum Beispiel einer in meinem Stream wirklich jeden Tag zuguckt und jetzt schon fast 100 Punkte hat, dann hat er und der ein anderer wahrscheinlich zu 90% diese Verlosung mit 5 Keys oder so gewonnen, aber ich möchte natürlich, dass alle von euch hier gewinnen und damit sagen, ja, dann gehe ich das Video jetzt schnell hochladen und dann sehen wir uns gleich im Stream und Leute, bis gleich, ciao, ciao.